Und römer lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir haben in unserem DSP-Kurs einen Auftrag bekommen. Wir sollten uns in Gruppen zusammenfinden und eine eigene Werbung machen. Und ja, das ist das Video, was ihr jetzt seht. Oder gleich sehen werdet. Ja, ich feiere diese Werbung. Ich weiß nicht warum, ich feiere sie. Auf jeden Fall, ja, ich wünsche euch viel Spaß bei unserer Werbung. Ist ja auch ständig langweilig. Ist das langweilig? Oh, langweilig. Dann gönn dir Nifra. Was ist Nifra? Das. Oh, ein Würfel. Das ist kein Würfel, das ist ein Nifra. Wow, ein Nifra. Sag einfach den magischen Zauerspruch Nifra Mama Royabe und ein Wunder wird geschehen. Äh, wow. Nifra Mama Royabe. Nein. Nifra Mama Royabe. 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 Nifra, Mama, ja, ey. Danke, Nifra. Kaufen Sie die Irre, denn den neuen Nifra, der ist wirklich sauber. Ich hoffe, euch hat die Werbung gefallen. Würde mich gerne mal interessieren. Also ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Werbung findet. Ich feiere sie einfach, ich weiß nicht warum. Ja, jetzt folgen gleich nach der Endcard noch ein paar Outtakes. Und, nein, vor der Endcard noch ein paar Outtakes, nach diesem Take hier. Ähm, gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bei DAS nächste Video wieder. Haut da rein. Geht mal wie ne coole Gang. Ja, Roxy, verkackt. Du bist nicht cool, Roxy. Das war doch gut. Warum lacht ihr denn? Die Schweine. Macht was dagegen. Habt ihr was zum Spielen? Habt ihr Lollis? Geht ihr mit seinem Planzeug, glaub ich. Geht die Süßigkeiten, ich komm runter. Bereit? Ich bin wirklich nicht da, wenn sie wirklich was will. Junge, bitch halt hier. Seid ihr bereit? Dem Arbeit zurück. Und pass auf die Feuerwehr, die Feuerwehrlein, dass die kaputt geht. Hä, ich wollte dich. Ich hatte auch eben 18 Jorte gefallen, so dass die irgendwie fertig sind. Ja, das ist ja auch. Dann muss sie dann irgendwie... Also, ein bisschen schneller und ein bisschen nach der Stimme hinstehen. Ja, das dachte ich, die Stimme ist. Ich sitze ja auch alle im Kiel. Die brauchen das Popcorn-Geschichte. Können wir. Oh, seid ihr dumm? Redet doch nicht. Redet doch nicht. Wie lange hat das denn wirklich? Ja, ich dachte... Heftiger. Zwei Minuten verloren, weiß ich. Ich dachte gerade, da kommt auch irgendwas. Richtig heftiger Filmpart. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Was, was denn für eine Art War? Und erstaunt das? Ja, das war echt. Nee, dieses Kind ist auch... Wow. 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 Maria, dein Blick erst so und dann schlinderst du einfach so. Reicht das nicht? Wie so eine Ballerina. Na, oh, ich bin eine Frau. Wow. Als Spion geht man so... Boah, jetzt... Lutsch doch, mach doch selber. Lutsch doch, mach selber. Du bist hier auf der Tür. Genau, Peter. Lutsch doch, mach selber. Ich kann sie nicht auch. Maria, es ist eine Werbung. Es muss übertrieben sein. Okay. Okay. Schauspielerin für eine Kinderwerbung mit Hasskinder. Ja, Kuscheln kann so. Das ist der aufwendigste Porno aller Zeiten. Kamera hat Urlaub. Kamera hat Urlaub, Kamera hat Ferien. Zwei Männer, die mir vor dem Bett spielen, Alter. Ja. Wer möchte mir dann assistieren? Ach, mir ist so langweilig. Immer noch ein bisschen. Oh, ist das langweilig. Oh, du bist so langweilig. Läuft das ein Geschirr? Ja, das ist einfach nicht dasselbe. Ich werde Spaß haben, mein Geschleiter.